Ja, Kinder, heute ist die beste Nacht des Jahres und ich rede hier nicht von einem Dreier mit Schirmchen und Sammel. Nee, sondern hier, von der großen Stromberg-Nacht. Ja, und wir sind live dabei. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Hallo. Ach, guck mal hier, der... Ach, und der Dings. Ah ja, und hier der Papa, den Jungen. Ja, Kinder, was ich mal sage, Erdmännchen-Taktik, ne? Du musst jemanden kennen, der einen kennt, der einen kennt. Dann bist du ja auch mal wie ein Papa. Hier ist Christoph Maria, Herr Arsch. Reunschi, 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 Reunschi. Guck, ich hab dir ja versprochen, dieser Saal ist viel geiler als der anderen. Da drüben ist eher so die Schiffskasko. Und hier ist Rambazamba mit... Und? Sie sind als Eber hier in dem Bums an Spaß. So. Zwei Stunden später. Ja, genau. Das war es jetzt schon. Von Fortsetzung keine Rede. Aber, ja. Gut. Bleibt das größte Comeback in diesem Jahr, das von Tante hier... Na. Rudi Völler. Aber gut. Für weiteren Strombi-Content habt ihr ja... Moin. Ha, 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 ha. Bis nyt. Tschüss. Bis nyt. BisN jakie. take care. erwis Juw. Vielen Dank.